Norddeutscher Rundfunk 2021 Angeln ist für mich mehr als nur ein Hobby. Angeln ist für mich Leidenschaft und ein Teil meines Lebens. Am Wasser kann ich zur Ruhe kommen. Hier kann ich den stressigen Alltag hinter mir lassen und wirklich im Hier und Jetzt sein. Angeln ist mehr als nur Fische fangen. Angeln ist Natur erleben und sich einsetzen dafür, dass die Natur gesund bleibt und man weiterhin diesem tollen Hobby nachgehen kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020